Das letzte Mal bei Green Hell Oh! Da ist er! Oh! Oh! Ach was ein Sauwetter oder? Hey! Willkommen zurück ihr lieben Freiluftschnupperer Zurück zu Green Hell Hatt ich mir hier nicht was gebaut doch da Ja gut, mein Feuer ist wieder aus Das ist auch nicht schlimm Ich habe hier noch mal ein bisschen gepennt Jetzt aber wieder Tag Und ich glaube wir ziehen schon wieder weiter oder? Ist zwar ganz nett hier Aber irgendwie gibt mir das alles auch nichts Das ist alles so ein bisschen Schon wieder eine Höhle Wir wollen mal ein bisschen anfangen Jetzt hier uns auf die Suche zu begeben Nach dieser super super geilen Ähm Ja Neuen Brücke Die uns in ein anderes Gebiet führt Das wir noch nicht kennen Aber wir gehen erst noch mal ein Stück zurück Ich glaube Da habe ich noch was vergessen So Klabelschlang Lecker Klabelschlang Klabelschlang Ein bisschen Fett vielleicht Bauen wir noch was Wasser Wir bauen Wasser Aber wie gut Wie gut Wie gut Dass ich hier irgendwie keine Kokosnüsse aufgelegt habe Warum habe ich hier keine Kokosnüsse hingelegt? Doch, habe ich doch Mal gebe ich mal die Schalen hier voll Das nämlich gerade regnet Ist das alles sehr praktisch So Perfekt Macht das Wasser Warte noch ein bisschen Warte noch ein bisschen Bis es hier rein regnet Und hat es schon wieder aufgehört zu regnen Na sollte reichen oder? Sollte Ja kommt es ein bisschen Wasser Ist jetzt auch egal So ich würde sagen Da ist noch ein paar Pilze auf dem Weg Wir Sehen nämlich noch einen Ort Auf dem Weg Den ich ausgelassen habe Sehen wir uns noch an Ich weiß nicht genau Was das ist Oder was da Was da ist Nicht was das Sondern was da ist Ja Im Prinzip sind sowieso immer nur Ah, guck mal hier Fleisch Ha Fleisch Das einfachste Fleisch Was man so finden kann Weil die bewegen sich nicht großartig Ja Das kann man einfach so So eine Schlange Kann man einfach abgestechen Und dann hat man wieder Lecker Zeug dabei Und wir haben Tiro aus dem Plus bekommen Das ist doch geil Was willst du mehr So warte mal hier Oben muss noch irgendwas Oh das ist noch einer So wie heißt denn das Ich habe mal wieder die Trolldinger entfernt Jaskinia heißt das Ding Was auch immer das ist Da muss ich mich irgendwo hier an der Seite halten Und muss auch wahrscheinlich irgendwann hochkommen Jaskinia das ist dann bei 43 Äh 23 würde ich sagen oder Ist ein bisschen schwer Weil die Karte habe ich jetzt groß gezogen Ich sehe nicht mehr alles 43 23 Also wir müssen noch ein bisschen weiter Richtung Westen laufen Oh siehst du mal Bräuchte hier ein paar Stöcke Also nicht dass ich sie bräuchte Aber ich nehme sie natürlich mit Kann ich mir gleich wieder ein Feuerchen machen Ah siehst du mal hier Hier irgendwo müsste es dann sein Das Jaskinia Was auch immer das sein soll Eskinia Was auch immer das sein soll Eskinia Bin ich etwas verwirrt Bin ich etwas verwirrt Aber eigentlich noch Seile Ja ne nicht mehr viele Wir nehmen wir gleich mal ein paar mit Oh da oben Oh Hast du das gesehen Hast du das gesehen Hast du das gesehen Hast du das gesehen Ich habe es gesehen Das ist Jaskinia Das ist eine Höhle Und das sind wieder diese Kannibalen Zeichen Na gut eigentlich sind es keine Kannibalen Weil bisher haben wir nicht festgestellt Dass die irgendwelche Menschen fressen oder so Oh ich habe keinen Platz mehr für Obsidian Na ja Alter was denn hier Wow Ist das cool oder ist das cool Was für eine krasse Höhle ist das bitte Oha Sind wir jetzt etwa schon durch Bei dem anderen Teil Warte mal Was bin ich denn jetzt Alter Schwede Wo bin ich jetzt bitte raus gekommen 43 23 Ja Das ist ein Durchgang oder was Warte mal Da müsste ich jetzt nämlich wieder zurückkommen Zum kleinen Dorf Alter Schwede Alter Schwede Das will ich mir jetzt mal genauer ansehen Ja Tatsache Leute Guck mal da Wisst ihr was das da vorne ist Das ist die Wasserfallhöhle Und da vorne ist das kleine Dorf das ich Dass ich da schon Eigentlich als neuen Schlitzpunkt Hier adjektiert habe Wisst ihr Krass Hier geht es einfach mal durch Guck mal da ist einfach mal so eine Höhle Die führt komplett durch den Berg Ich bin total Hyped Ich bin total Hyped Also ein bisschen Hyped Das ist voll gut da kannst du richtig Weg sparen Aber was ist wenn ich jetzt hier runter springe Da gibt es ja noch diese anderen Wege da Hier Was ist hier denn noch Achso das ist der Übergang Ah alles klar Das ist schon sehr Weißt du sowas wünsche ich mir eigentlich mehr Also mehr solche Höhlen Die halt einfach so verzweigen Im Berg Und so ein bisschen dann An unbekannte Orte führen Das wäre total geil Aber leider haben sie da ein bisschen Naja Hinter dem Berg gehalten mit Würde ich fast mal sagen Hä Du trägst mal einen Schluck hier Gut Ach man Bin ich echt ein bisschen schade Dass sie da so wenig von haben Dass sie halt einfach immer so eine kleine Höhle Da kannst du reingehen Fertig Ich hoffe ja Ich hoffe dass noch einiges dazu kommt Oh und jetzt ziehen wir los Ich hab Dummerweise Ne was heißt dummer So jetzt ziehen wir wieder los liebe Leute Ich hab hier schon mal klugerweise ein kleines Feuerchen aufgestellt Falls wir wieder kommen und Feuer machen müssen Mache ich das jetzt am besten immer so irgendwo Wenn ich dann eine längere Zeit nicht war Oder nicht gedenke hinzugehen Dann werde ich mir immer hier schon mal so ein Feuerchen vorbereiten Dass ich da ganz schnell wieder eins hochziehen kann Und mir Feuer mache um was zu kochen Weil sonst muss ich wieder sammeln 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 Und das ist blöd Das wollen wir natürlich nicht So Und jetzt gehen wir mal an ein neues Feindeslager Ich weiß nicht ob das leer ist Oder ob da Neue Freunde auf uns warten Mit neuen Freunden meine ich Typen die uns töten und essen wollen Weiß man nicht Deswegen will ich jetzt ganz vorsichtig mich mal da ranpirschen Nicht dass sie uns wieder töten beim ersten Mal Das war ein bisschen peinlich letztes Mal Aber ich meine gut das ist halt so ne Ich meine die kennen sich ja aus Die wissen wie man den Widrigkeiten trotzt Und ich bin schon wieder irgendwo Ah Ich habe schon wieder Mitbewohner So ganz ekelhafte Bah Zum Glück gibt es hier keine Würmer die sich im Arsch einnisten Das finde ich noch ein bisschen unangenehmer Anal Würmer Hm Ne nicht gut So Ah wie komme ich auf sowas Jetzt gucken wir mal Ich will auf jeden Fall Richtung Norden Und dann mache ich einen kleinen Schlenker Richtung Osten Denn da kommen wir dann dorthin Wo noch ein enemy camp sein soll wie gesagt Und ich bin gespannt Ob wir das einfach so klären können Gewechs sonst muss ich dich töten Das ist meine Devise generell Gewechs sonst muss ich dich töten Ja So ihr sagtet ja auch schon Dezember Ist jetzt noch so die Zeit wo es eigentlich immer regnet Das ist auf jeden Fall noch nicht die Trockenperiode Ey Das sind so die Regenmonate hier anscheinend im Regenwald Weiß nicht genau wann jetzt die Trockenperiode kommt Aber ich mache mir da gar keine Gedanken Guck mal Tapir Wisst ihr was ich noch habe? Ich habe noch Tapirfleisch einstecken hier Wisst ihr wie nervt das ist? Das hat 80 Proteine und 24 Fett Und gibt sogar noch Energie Ja ich habe nämlich eben noch leider an Tapir geschlachtet Das habt ihr nicht gesehen Tut mir leid Das war noch so Das war noch so die Die Erfindungsphase Wo ich hier noch alles machen kann Ich werde auf jeden Fall ein paar Verbände noch mitnehmen Ich meine ich habe zwar genug Aber man weiß ja nie So What What Okay So wie halt noch Platz ist ne So Polineria Ich glaube das reicht doch von Platz ansonsten ist jetzt nämlich Ende Ne da reicht noch Guck mal Die kannst du natürlich unter die anderen Sachen schieben weißt du Das ist kein Problem Das ist kein Problem Aber bei so manchen Sachen ningelt er dann gleich rum und sagt Ich habe natürlich keinen Platz mehr So ne Autosantierfunktion hat man ja auch nicht Das ist wieder ne Schlange So Muss mal gucken Enemy Camp Muss mal ganz kurz raus tappen Das seht ihr natürlich nicht Zum Glück Wahrscheinlich seht ihr es schon Äh So Ich höre wieder Leute Wo bin ich denn jetzt Äh 38,20 Bin ich echt schon fast am Rand der Karte Und da vorne ist das Feindes Camp Und da vorne ist das Feindes Camp Seht mir nicht aus wie ein Camp Das sind nur zwei Typen wieder Hä Ob wie ich nicht treffe Was ist los mit dir Ich hab einfach mal so fett auf die Seite zielen muss Wie, warum, warum nimmst du keinen Pfeil Weil ich kann keinen Pfeil ziehen Oh nein Stirb du Schwein Ich treffe ihn nicht Siehst du Der dumme Krieger hier Warte mal ne Pfeile Ach komm ich muss sie wieder aufschneiden So kriegt man die Pfeile wenigstens wieder zurück Hm So geil Zu geil Rechts die Pfeile Oh hab ich mal ne ganzen Pfeile gelassen Das stimmt ich hab ja ein paar weggeworfen Weil ich fand das ich zu viele dabei habe Wie kommt denn sowas Nein ich will das nicht essen Auch wenn es sehr viel Proteine hat Ich zerstöre das Fleisch Da hängen bestimmt ein paar Pfeile im Baum Da war ein paar mal auf mich geschossen Weil er nicht Okay Vielleicht trifft er genau so gut wie ich Kann ich einfach Menschen zerstören Ich mein Kann ich die Körper einfach zerstören Ich mein den Pfeil jetzt Was Was hab ich da weggeworfen Okay wo ist das Enemy Camp 3719 Hm 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 Ne warte mal Das kann aber nicht sein Doch Natürlich kann das sein Da fangen nämlich neue Gradzahlen an Ah Alles klar Ja Dem sag ich 19 Da müsste ich eigentlich bei 3820 das Camp haben Also hier die Richtung Oder Ja Ne warte mal Ich seh da kein Camp Vielleicht glaube ich jetzt Genau hier muss das Camp sein Leute Habe ich ein Enemy Camp hier stehen? Aber da ist nichts Okay Ansonsten gehen wir einfach mal Jetzt an den Aufzug Ja hier gibt es einen Aufzug Leute Oh ja Die Tabakpflanze ne Hoch War ich grad nicht Ich glaube ich hab Funkchen Verband bräuchte ich mal wieder Ich hab drei Funkchen und vier Tabak Das reicht eigentlich oder? Das reicht Was bräuchte denn eigentlich? Uh Wasser und Kohlenhydrate Ganz dringend Ich hab ich erstmal den Honig jetzt Geil Oh hab ich einen Zug hier? Was hab ich denn da grad weggesoffen? Fast die Hälfte von meinem tollen Flachmann Hab ich weg gemacht von meinem Von meinem Krinkgefäß Ich hätte gerne ein kleines Gesäß mit Honig Gefäß Gesäß So Was ist denn hier Der Urwald ne? Oha Was ist das denn? Oha Das sieht ja krass aus So ein So ein Talübergang hier mit einem Baumstamm Das ist total geil Das Das nenne ich doch mal Highlight hier im Dschungel oder? Aua Was ist denn da runter noch? Eieieieiei Das ist schon mal ein Abgrund ne? So Wo bin ich denn jetzt genau bitte? 3917 Alter Ich bewege mich hier auf Okay Also da würde ich normal also nie lang gehen wahrscheinlich Wenn ich jetzt nicht irgendwie noch was sehen wollte Das ist ein bisschen gefährlich hier über die Brücke Und hier geht es ja auch nicht gerade weiter Hallo 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 Hm Ach kann ich nicht Alter Schwede Wow Ja was machst du hier im Dschungel? Ich meine wenn du auf einmal an so eine Stelle kommst und du musst eigentlich weiter Was machst du dann? Das Ende Das ist vorbei Ich meine müsste ich jetzt wahrscheinlich Kilometer außen rum marschieren Da bräuchte man Buschführer oder sowas Ein Erfchen ich habe ja noch nie Aphten gesehen Oh Ich dachte das wäre ein Pfeiler Da wäre ich nämlich schon mal hier gewesen und hätte da einen von diesen Typen getötet Oh es regnet Hey Oh Ich habe mir voll alles verpasst ich habe nicht gedacht dass ich es treffe Oh warte mal das sind Kokosnüsse Ist der eine runtergefallen irgendwo? Ah Genau da ist einer Ich will mich noch ein bisschen Wasser nachtanken hier Aber deswegen will ich jetzt mal ganz schnell eine Kokosnuss leer saufen Nein Trinken und sammeln Also warten wir mich einfach mal bis das voll wird ein bisschen Und dann sind wir uns hier vorne weiter um Wie gesagt da muss doch langsam Man kann sich auch nicht verlassen auf die auf die Wegfindung irgendwie Das ist etwas schwierig Aha Hier soll nämlich noch ein leeres Camp irgendwo sein Da bin ich mal gespannt drauf 59 65 Oh das ist okay geht es aber schnell Oh es dauert das ein bisschen bis das voll geregnet ist Es ist schon wieder Ende 69 69 Will bang okay Will bang okay Okay Also hier ist echt so Klima ans Land Da ist ja gar nichts Guck mal Ist das vielleicht das Camp wo ich hin will Es kann sein warte mal Ich glaube ich will da hin Leute Ich will da hin Sag ich was Ich geh jetzt da rüber Uh Peace out ich bin draußen Ein bisschen Wasser ist ja drin Das können wir leersaufen So wie gesagt da muss noch was sein Nämlich sowas wie ein Aufzug Mit dem ich runter komme Und da unten ist dann wohl ein riesiges Gebiet noch Ein riesiges Camp Das ist zwar nicht die Brücke die wir gesucht haben Aber macht euch keine Sorgen Da kommen wir auch noch hin Boah Ah Alter Du Kackvieh Das ist eine Goliath Spinne Die sind nicht giftig Alter Boah was ein Biss ist das denn Ah Das sieht ja fies aus Warte mal das ist gegen Infektion Oh nein das ist gegen Ausschläge Das ist nicht gegen Shit Ich hab Fieber Ich hätte den Tabakverband nehmen sollen Nicht den Funkienverband Uh ist das mies Kann ich den irgendwie abmachen hier Geht das Ihr seht ja das Gift das zehrt an meiner Gesundheit Diese verdammte Goliath Spinne Ich sollte sie eigentlich ruh fressen Oh meine Ausdauer geht auch ganz schön runter Warte mal hier Das hier vielleicht wo der Aufzug Das ist ein Aufzug Guck mal Das ist ein Aufzug Keiner Ich pack's nicht Die stehen überall Heilkräuter Funktioniert der auch Warte mal Da liegt einfach mal ein Stein Oh nein der funktioniert nicht Der Aufzug ist kaputt Greiße Wie gut wäre das wo der Aufzug jetzt gehen würde Da ist nämlich ein leeres Empty Lake Camp steht da Ach Meine Nase kitzelt Muss das Fieber sein weil die Spinne mich gebissen hat Oh Ne da geht's auch nicht Ah das ist der Aufzug Leute ich hab den Aufzug gefunden Wie genial ist das Oh oh ich hab immer noch was Okay das ist weg Irgendwo Egel bestimmt Ja natürlich Die blöden Mitbewohner die ich nicht will Oh Gott meine Gesundheit Also meine Ausdauer geht grad runter wegen dem Fieber Wie Sau Problem ist Nein ich kann das nur durch pennen wegbekommen 42,20 muss ich Schlägenfalle Oh Wo war die Schlägenfalle Ja genau wisst ihr doch Da bin ich lang gekommen als ich das Dorf gesucht habe Als ich hier was gesucht habe So laufen Richtung Westen Da will ich eigentlich nicht lang Wir gehen mal Richtung Süden weiter Oh shit Leute ich brauch unbedingt was zum pennen Ich muss wieder zurück wo ich her kam Das Ding heißt nämlich Äh Copalina Ne Copalnia Jaskini Jaskinia Jaskinia Copalinia Jaskinia So soll der Ort heißen den ich jetzt suche Was auch immer das ist Pfeiße Das ist ein Tapir Ne Ich kann jetzt nicht essen und so weiter muss ich nicht Ich muss hinterher nicht ganz schnell wieder zurück kommen zu meinem Ort wo ich eben gepennt hatte zu meinem Zu meiner Wasserfallhöhle Zu meiner anderen Höhle das war nicht die Wasserfallhöhle Oh Gott oh Gott oh Gott Ich hoffe ich bin richtig Denn ich muss schlafen Fieber ist nicht gut Irgendwo vielleicht noch eine Kokosnuss im Gras Ich habe ja fast alles weggeworfen Weil das alles so viel Gewicht hatte Oh ja hier komm mal Kohlenhydrate Essen Die Lebenser der Gegend ein bisschen hoch Aber Pilze bräuchte ich jetzt Pilze erhöhen die normale Energie Der Ausdauer quasi Ja da vorne bin ich richtig Knochen Ich mache mir gleich eine Knochensuppe Hmm Lecker lecker Knochensuppe Gibt es hier irgendwo Gibt es hier irgendwo Palme Ich meine Kokosnüsse Scheiße Das Problem ist das Lager hier ist eigentlich ziemlich cool aber es gibt nicht so wirklich viel Wasser Ich muss mich schnell da Ich muss mich schnell da schlafen legen jetzt So paar Stündchen bis das Fieber weg ist Da seht der Fieber geht ruckzuck weg wenn man schläft Ach gut aber jetzt ist schon Nachmittag Aber das war nicht so erfolgreich Das war weil mich so eine dumme Goliath Spitte gebissen hat Ach man Oh mein Feuerzeug Kann man nicht auch vielleicht ein Feuerzeug irgendwann bekommen das wäre super praktisch Komm Bitch Haha Ihr habt drauf gewartet oder? Ich auch Ja ja komm Ist nur ein bisschen Feuer Feuer heiß Oh nein Die Nuss ist verdorben Das ist doch scheiße Soll ich die Dose? Ich ess die Dose jetzt komm Geht ja nicht anders So was haben wir auf den Ticker Ah ist noch Zeit Schade dass der Aufzug nicht funktioniert weil ich dachte da geht es runter zu dem Camp aber offensichtlich ist das nicht der Fall Find ich echt blöd Es regnet wieder So Ne cool dann mach ich mir erstmal das Teil hier voll Wups 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 Jo Dauert jetzt halt noch ein bisschen aber Hm 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 diese Drecks Spinne Nehmt geistige Gesundheit gibt 5 Proteine Win Win würde ich mal sagen ne Aber ich werde kein Menschenfleisch essen So Einmal voll machen Dann legen wir uns nochmal pennen Leute Es muss einfach Leg mich noch ein bisschen schlafen Ich möchte mich nicht unbedingt bei Nacht losziehen Hey nochmal was ich glaube wir haben jetzt fast die 20 Tage voll Kinder Achtung Mal ganz kurz aufstehen Wasser 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 Obwohl die Lichtverhältnisse gerade richtig gut sind für dich Ich mag das wenn es so ein bisschen So das Mondlicht raus kommt aber gleichzeitig Dass es noch dunkel ist das finde ich super geil Das hier also schön Aber Mondphasen haben die auch noch nie was von gehört oder? Ich weiß ja nicht Dann schlafen wir nämlich doch bis fertig Warten wir so um 6 Uhr vielleicht Kommt bald die Sonne raus bei 7 Ist es dann so dass dieses güldene Morgenlicht dann weg ist Dann haben wir glaube ich das schöne Tageslicht So Perfekt Die haben wir auch noch ein bisschen voll Oh jetzt habe ich es reingekippt oder? Gekippt? Ja hatte ich Warum legte die eigentlich immer so hin Wenn ich die so hinlegte das ist viel platzsparender Nur mal so Sonst weiß ich mal schon ob hier wieder ein Tapir rumrennt Oh Wir sehen da war wieder so ein Vieh Ich habe nämlich letztes ein Tapir abgeknallt Und wird beim Speer abgeworfen Liegen hier auf die Knochen rum Hm Leider nicht Und ich bin so doof ich habe den Schildkrötenpanzer im anderen Lager gelassen Übrigens Ich mir dachte ja komm Schildkröten findest du eh ständig Lässt sie einfach mal liegen Und die Schildkröten kannst du hier später ja noch holen Hustekuchen Hustekuchen Oh da ist schon hell seht ihr Macht auf einmal so einen Sprung hier das Licht Mach ich es halt so Legen mal der Kokosnusschale hier hin Ich hoffe das Feuer hält noch ein bisschen Uh nein das geht gleich aus Uh gerade richtig Kohle 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 Die Kohle kommt da drauf Und da legen wir einfach mal so ein Knochen rein Weil Knochen ist die beste Also die beste Quelle für Fett würde ich fast behaupten Ich weiß es gibt Profis die wissen das besser Aber glaub mir Fett ist fantastisch Durch Knochen Weil da müssen wir nicht viel für machen Die hauen sowieso Tiere kaputt Und dann kriegen wir hier Fett 15 Proteine 15 Fett Easy Einfach mal so Hier warte nehme ich das andere für So zack Und jetzt noch mal ein Knochen rein Lecker Knochen du Ich hab das mal so ein bisschen rum Dass ich etwas mehr Platz habe Für meine Verbände Das ist auch nicht ich hab schon wieder irgendwas Könnt ihr mich mal bitte in Ruhe lassen Ihr scheiß Parasiten Das ist unglaublich Warte Soll ich wieder irgendwo Viechers Ja 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 Immer doch am Bein weißt du Wie im Schritt oder so Bin ich auch ein bisschen dankbar für ehrlich gesagt Hört mal vor ihr habt auf einmal Wacht morgens auf und habt im Schritt Riesige Blutegel Ne ne Da könnte ich mir schöneres vorstellen So Oh ist voll gut Der hier mal hoch kannt Der war das immer so umständlich Soll ich mir natürlich noch Knochen zurück Ja ich weiß Einige sind sehr zivilgespalten Was Knochen angeht Beziehungsweise haben eine ganz klare Meinung Ich aber sage Knochen sind super Aber Knochen Die kannst du nicht nur dafür nutzen Dass du dir diese blöden Würmer aus der Haut ziehst Du kannst davon auch eine Suppe machen Du kannst alles machen aus Knochen Alles Fast alles Motorbrot kann ich noch nicht Sonst werde ich schon längst hier weg Aber immerhin Immerhin Suppe Ich find's geil Ich hab immer Knochen dabei Perfekt Macht man auch in echt so Dann macht man sich so ein So eine Knochen Suppe Ist übrigens ja habt ihr auch in den Kommentaren geschrieben Sehr interessant Ist auch in New York gerade voll im Trend Da gibt's diese Diese Buden Wo es Suppe gibt Einfach nur Suppe Wirklich sind aber auch so selbst gebrühte Knochen Suppe Die ist auch ziemlich teuer Ziemlich kräftige Suppe Ja So seht ihr mal Jetzt haben wir schon Tag 20 Geil oder Achtung Ja wir sind bei Tag 20 angekommen Was haben wir denn im Spiel jetzt Was für 5. Januar ist es Donnerstag 5. Januar Das Jahr spielt keine Rolle Der Tag und der Monat ist wichtig Wahrscheinlich für uns Weil ihr sagtet ja Regenmonat Dezember Bin gespannt Weil die Trockenzeit losgeht Bin ich immer ein bisschen froh drum Weil immer Regen Das ist schon ganz nett Aber macht irgendwie auch so ein bisschen trübsinnig Und Wasser Haben wir ja an Flüssen Oder ganz vorne am Am Was auch immer das ist Amazonas Ich sag immer auch immer Ah Du Bitch Wie diese riesige blöde Goliath Spinne da rumrennt Und mich gleich wieder töten will ne Dann geht der ganze Kram Das ganze Theater schon wieder von vorne los So Funkchen Peng Mach es Danke Unglaublich diese Mistviecher Der hat natürlich keinen Platz mehr ne Natürlich habe ich keinen Platz mehr Ach weißt du was Ich weiß auch ob sie die jahren Weiß drauf Ach ne ich habe ja nur eins ne Davon geht hier nur ein Verband Das ist aber blöd Oh Oh mein Gott es schreckt mich doch nicht so Pussy Wie ich eine gesämmelt habe Pussycat Ich habe noch eine Spinne von hinten Spreng mir ins Gesicht Pass mal auf Haha die Bitches Okay Ja ich habe Fleisch Kinder ich habe Fleisch Guck mal hier zweimal Puma Riecht auch so Riecht wie Raubtierkäfig Raubtierkäfig So weißt du was ich jetzt mache Jetzt bewege ich mich einfach ganz am Rand der Karte Und dann sehen wir mal wo ich hinkomme Ja Am besten immer sprinten und Ausdauer verbraten Das ist richtig so So hier war die Quelle Kleine Quelle Oh perfekt Ess ich mal gleich Parasiten Die zieht die Parasiten aus dem Darm Während du sie isst Gut ne Ich bin eine Schlange Ja ja die lasse ich mal stehen Schlangen geben Irgendwie Oh die stoppe wieder Alter Was ist hier los mit den Boomers Ist gerade Oh ich habe den richtig in den Arsch Guck mal der Schwanz ist ganz Hahaha Alter was ist hier los Was ist hier los Ich bin der Boomer Killer Aber ich wills gar nicht Ich mag doch Kätzchen Alle Art Kätzchen Ich habe die Brücke gefunden Haa Halt die Schnauze Ich habe die Brücke gefunden Das ist hier die Brücke Geil Leute guck mal Die muss ich reparieren Bambusscheite Okay warte dann finde ich hier glaube ich gleich Ne weißt du was ich baue mir jetzt hier ein Bett Und werde erstmal kurz speichern Und dann gehts hier nächstes Mal weiter Das seht ihr jetzt alles nicht weil Oh was Ich bin zu schwer beladen Fertig Und jetzt noch die Hölzer hinlegen Geil ne Jetzt haben wir erstmal lecker Brumafleisch Kinder Ich feiere das hier Ich feiere das hier Komm Bitch Come on Come on Yes Als wäre das immer so ein Achievement Das haben wir schon die ganze Zeit gemacht Kerl Und der freut sich jedes Mal den Arsch ab Warum Ja einfach mal die ganze Flasche wieder hertrinkt So Leute jetzt mache ich aber Schluss hier Wir speichern nochmal ab Danke fürs Zusehen Bewerten gerne und kommentieren Ich würde mich sehr darauf freuen wenn ihr wieder einschaltet Bis zum nächsten Mal mit Green Hell Machts gut Ciao So